Als ich gestern Abend von dem Anschlag in Berlin mitbekommen habe, da dachte ich, krass. Krass, wie nahe solche Anschläge mittlerweile in unserem Alltag angekommen sind. Denn vor nicht mal einer Woche bin ich genau an diesem Platz vorbeigefahren, an dem das gestern Abend passiert ist. Anders als in Berlin haben die Weihnachtsmärkte hier in Köln, in meiner Heimatstadt, heute auf. Und ich möchte wissen, mit was für Gedanken die Menschen hier auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs sind. Und das werde ich sie jetzt mal fragen. Mit was für einem Gefühl seid ihr heute auf den Weihnachtsmarkt gegangen? Wir hatten das Thema gerade auch schon mit Freundinnen, als wir losgegangen sind. Aber ehrlich gesagt war es gerade auch wieder weg, als wir hier waren. War wieder total Weihnachtsstimmung und irgendwie, ich weiß nicht, ich lasse mich davon jetzt nicht so beeindrucken. Ich denke auch, es ist jetzt falsch, das zu versuchen zu vermeiden oder dann nicht mehr zu gehen. Damit setzt man ja auch ein falsches Zeichen. In dem Moment, wo ihr hier draufgelaufen seid, hattet ihr die Gedanken? Was war denn der Gedanke konkret? Scheiße, was ist, wenn noch einer hier gleich reinfährt mit einem LKW? Also ich muss sagen, als ich hier langgelaufen bin, ich habe so gesehen und die Straße so geguckt und dachte so, da könnte man auch vielleicht sogar hochfahren, wenn man da langfährt. Und ich glaube, die Straße hier ist ja relativ langsam, da wird man jetzt nicht mit so Speed drauffahren, dass du hier echt viel umreißen könntest. Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen was daran gedacht und habe so geguckt, wie das hier so aussieht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich stehe jetzt hier auf so einem erhöhten Punkt auf dem Weihnachtsmarkt. Hier gibt es so eine Brücke über die Eislaufbahn. Und was man hier ganz gut sehen kann, ist, dass der Weihnachtsmarkt umgeben ist von Straßen. Also ihr seht hier hinter mir, da kommen die Autos die Brücke runter. Und zwischen den Autos und dem Weihnachtsmarkt gibt es eigentlich sozusagen nicht viel, was dazwischen steht. Das heißt, ein Szenario wie in Berlin wäre theoretisch auch hier denkbar. Was man aber auch sieht, da hinten im Hintergrund, dass die Polizei LKWs, die aus dieser Richtung kommen, anhalten und überprüfen. Das heißt, man merkt auch schon, dass hier heute nochmal gesondertes Augenmerk auf den Straßenverkehr gelegt wird. Ich frage bei den Polizisten nach und die bestätigen mir, dass sie die LKW wegen der Ereignisse in Berlin kontrollieren. Was mich auch interessiert, es gibt ja auch Menschen, die hier nicht in ihrer Freizeit, sondern zum Arbeiten sind. Wenn es passiert, dann passiert es. Deutschland schützt uns schon gut genug, finde ich. Ich habe halt nur Angst, dass unsere Geschäfte nicht mehr so gut laufen, dass die Leute mehr Angst haben, rauszugehen. Aber man sieht es ja auch hier, es sind überall Polizisten und ich finde, man müsste keine Angst haben, weil für was? Mein Eindruck hier vom Weihnachtsmarkt ist, dass die Stimmung eigentlich relativ normal ist. Was aber auffällt, ist, dass es hier keine Musik gibt. Also weder beim Karussell hinter mir noch bei der Eislaufbahn wird heute Musik gespielt. Auch wenn es jetzt in Berlin echt traurig ist, aber man kann sich nicht einfach unterkriegen lassen jetzt in dieser Zeit. Und jetzt vor allem zu Weihnachten, wo man eigentlich alle zusammenrücken soll, kann man sich jetzt nicht einfach abgrenzen von den Tagen und das wird jetzt zu gefährlich. Ich war jetzt auch ein bisschen hier auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und habe mich auch mit Leuten unterhalten, die nicht vor die Kamera wollten. Und die haben eigentlich das gesagt, was die anderen auch gesagt haben, nämlich, dass sie sich nicht davon unterkriegen lassen wollen, was da in Berlin passiert ist. Und sie wollen ihr Leben normal weiterleben. Und sie sagen auch, naja, das, was da passiert ist, das kann im Prinzip immer und überall passieren. Und dadurch dürfen wir uns nicht unser Leben kaputt machen. Man merkt Berlin hier auf dem Weihnachtsmarkt aber trotzdem, nämlich dadurch, dass es hier eben keine Musik gibt und dass auch das Programm ausgesetzt wurde. Und heute Abend wird hier auch nochmal eine Schweigeminute veranstaltet. Also Berlin hinterlässt hier schon seine Spuren, aber die Menschen sagen, wir müssen weitermachen. Die Normalität muss hier quasi gewinnen. Wir dürfen uns nicht davon unterkriegen lassen. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr eure Gedanken zu dem Thema und dem, was passiert ist, noch mit uns in den Kommentaren teilt. Ich bin da und lese mir das durch. Bis dann. Das müsste, bis dann. Bis dann. Bis dann.